Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema Motivation. Wir wollen das Ganze ja mal ein bisschen interaktiv gestalten, deswegen meine Bitte, nehmen Sie sich ein Stück Papier, stoppen Sie das Video gleich erstmal und definieren Sie doch mal bitte für sich, was ist eigentlich Motivation für Sie? Was heißt das? Aus meiner Definition ist es ein Beweggrund. Ein Motiv ist ein Beweggrund und daraus leitet sich dann die Motivation ab. Ich werde in Trainings oft gefragt, wie motiviert man denn jetzt Menschen? Meine Standardantwort darauf ist eigentlich immer, hören Sie einfach auf, Sie zu demotivieren, das reicht schon völlig aus. Ich glaube, dass Menschen einfach motiviert sind von sich aus, wie oft von Chefs und Vorgesetzten eher demotiviert werden, dass das das Kernproblem ist. Die Frage ist jetzt natürlich, was motiviert Menschen denn? Da gibt es verschiedene. In dem grünen Feld, das Sie sehen, ich sage immer Erfolgserlebnisse sind eine der stärksten Motivatoren überhaupt. Oder Lob und Anerkennung. Wertschätzung. Weiterbildungsmöglichkeiten. Viele Mitarbeiter wollen sich einfach entwickeln können in ihrem Leben. Aufstiegschancen zu haben. Aber auch Spaß bei der Arbeit. Gerade die junge Generation, die noch stärker als die ältere, darauf getrimmt ist, so ein bisschen Spaß in der Arbeit zu haben und nicht mehr zu trennen zwischen Beruf und normalem Leben in Anführungszeichen, sondern einfach das Ganze als eine Kombination sieht. Das Thema Herausforderungen. Da haben wir etwas Neues machen zu dürfen. Ein gutes Betriebsklima. Und zwar gute Kollegen und nette Chefs. Nette Kollegen, angenehme Chefs. Was haben wir noch? Geld ist natürlich ein Motivationsfaktor. Zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Die Psychologen sagen, es sei ein Hygienefaktor. Ich erkläre das mal leichter, indem man sagt, Menschen werden von Geld sehr wohl beherrscht, wenn sie zu wenig Geld haben. Wenn sie mit ihrem Geld nicht auskommen oder sich unterbezahlt fühlen, dann dreht sich hier fast der ganze Gedanke immer nur ums Geld. Aber auch so etwas wie Prämien oder Provisionen, wie Firmenwagen oder Altersvorsorge, soziale Leistungen, all das, was man so mit Belohnung überschreiben könnte, ist sehr wohl etwas, das zu Motivation dient. Dann haben wir aber noch ein rotes Feld. Was könnte denn da drin stehen? Zum Beispiel so etwas wie Angst vor Strafe. Die meisten Menschen stehlen ja nicht regelmäßig. Warum tun sie das nicht? Es gibt in der Regel drei Gründe dafür. Erstens sind wir sozialisiert. Das heißt, unsere Eltern haben uns gelehrt, so etwas macht man einfach nicht. Dann haben die meisten, die einer Arbeitstätigkeit nachgehen, ausreichend Geld, um sich die wichtigsten Dinge kaufen zu können. Und drittens haben wir Angst davor, bestraft zu werden, wenn wir erwischt werden. Also ist das sehr wohl ein Motivator, ein Motivationspunkt. Druck, wenn mein Chef hinter mir steht und mir Angst macht, mich drückt, dann bin ich sehr wohl bereit, etwas zu tun. Das Ganze läuft unter dem Tenor Bestrafung, wenn ich Angst vor Strafe, vor Druck, vor negativen Dingen habe. Jetzt ist die Frage in der Praxis, mit welcher Seite führen Sie denn eher? Mit der linken oder eher mit der rechten Seite? Jetzt sagen wir im Training die meisten Leute ja natürlich mit der linken Seite. Da habe ich immer das schöne Beispiel und sage, wenn Sie Kinder haben und nach Hause kommen, und Ihre Kinder haben sich nicht normenkonform verhalten, was tun Sie dann? Dann lächeln die meisten schon und sagen mir, ja, Sie haben nicht ganz Unrecht. Entweder drohe ich dann und sage, wenn du jetzt nicht sofort aufräumst, gibt es Ärger, darfst du heute Abend nicht fernsehen. Oder man nimmt die Belohnungskiste und sagt, okay, wenn du das und das machst, dann darfst du heute Abend irgendetwas. Das heißt, im Alltag passiert das sehr wohl, dass oft mit der rechten Seite geführt wird. Ich sage immer, das ist ja auch nicht falsch, es funktioniert ja häufig. Wenn Sie ein wichtiges Projekt haben, das erledigt werden muss und Sie loben Ihren Mitarbeitern Geld aus dafür, dass sie das Projekt rechtzeitig schaffen, dann werden die mehr Gas geben. Das Gleiche ist, wenn Sie sich unter Druck setzen und sagen, ihr kriegt richtig Ärger, wenn es nicht funktioniert. Auch das wird dazu führen, dass Sie kurzfristig dem Druck nachgeben und eine bessere Leistung, eine höhere Leistung bringen. Aber die Frage ist ja, funktioniert das auf Dauer? Dazu gibt es ein ganz einfaches Modell, wie man Verhalten von Menschen gut erklären kann. Wir haben nämlich immer ein Motiv, das über ein Verhalten zu einem Ziel führen soll. Sie können sich dieses Verhalten, dieses Band wie ein Gummiband vorstellen, das die beiden verbindet. Nehmen wir mal ein Beispiel. Mein Motiv ist Hunger. Was ist dann das Ziel? Sättigung, eben nicht Essen, wie die meisten jetzt wahrscheinlich gedacht haben. Das ist das Verhalten. Ich sage immer, das ist so der Grund, warum in vielen Unternehmen die Zielvereinbarungen reine Maßnahmenpläne sind, weil man das Essen definiert, aber nicht das Ziel der Sättigung. Oder nehmen wir was aus dem Strafgesetzbuch. Paragraf 211 Mord. Da gibt es einen niederen Beweggrund, der Habgier heißt. Wenn das mein Motiv ist, dann ist mein Verhalten töten und mein Ziel ist es, an das Vermögen zu gelangen. Also Sie sehen, selbst extreme Fälle lassen sich mit diesem Modell relativ gut erklären. Jetzt möchte ich mit Ihnen einen kleinen Ausflug dahin machen. Überlegen wir doch mal, warum diese rechte Seite mit dem blauen und dem roten Feld nicht so gut funktioniert. Was wollen wir denn erreichen, dass ein Mitarbeiter sein Verhalten verändert? Jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel, dass wir hier sagen, okay, wir loben ihm Geld aus. Er soll sein Verhalten ändern. Nehmen wir mal als Beispiel einen sehr übergewichtigen Mitarbeiter. Wir wollen was Gutes für ihn und sagen, wenn du mal einen Monat nur 1000 Kalorien zu dir nimmst pro Tag, dann bekommst du 1000 Euro. Was denken Sie, was dieser Mitarbeiter machen wird? Da wird sein Verhalten dehnen. So lange, wie das Geld geboten wird oder er nicht kontrolliert wird. Dann wird das Ganze nämlich wieder in so einen Ausgangszustand zurückrutschen. Gut, funktioniert nicht auf Dauer. Anderes Beispiel, Sie setzen ihn unter Druck und sagen, wir kontrollieren dich, wir machen dir Ärger, wenn du mehr als 1000 Kalorien pro Tag zu dir nimmst. Das heißt, wir haben hier unten so ein Ziel gesetzt. Der Mitarbeiter wird sein Verhalten wieder dehnen, so lange, wie der Druck besteht oder er kontrolliert wird. Ist die Kontrolle weg, ist der Druck nicht mehr da, wird das Verhalten wieder zurückrutschen. Das heißt, was wir erreichen müssen, ist doch, dass wir das Gesamtgebilde verschieben können. Dazu sollten Sie Ihre Mitarbeiter gut kennen. Wir werden ein Modul haben, Mitarbeitergespräche. Da erläutere ich Ihnen nochmal, welche Fragen Sie in solchen Gesprächen stellen können und sollten. Dass Sie sie wirklich gut fördern, fordern können, Ihre Motive kennen. Wenn Sie diese Motive kennen, dann wissen Sie auch die Glaubenssätze, die dahinter stehen und dann können Sie an diesen Glaubenssätzen ein Stück rütteln, sage ich immer. Es wird Ihnen nicht gelingen, dass Sie Menschen ändern. Menschen können sich nur selbst ändern. Sie können aber die Rahmenbedingungen ändern und verändern. Ich will Ihnen Beispiele erzählen. Nehmen wir mal einen Werkstattmeister, den ich kannte. Der hat sich immer gegen gewehrt, gegen alles Mögliche, was mit Checklisten und Ähnlichem zu tun hatte. Und wir richten ihn einfach nicht auf die Spur, dass er dieses Projekt mit uns umsetzte. Irgendwann habe ich erfahren, dass er ein Abenteuerurlauber ist und habe ihn mir abends mal im Stuhl gesetzt, gefragt, Mensch, wie war denn das im letzten Urlaub? Und da war er fünf Wochen mit einem Kollegen auf einer Insel gewesen und die sind dann mit dem Rucksack durch die Gegend gelaufen. Doch meine Frage, was tun Sie denn eigentlich, dass Sie nichts vergessen auf so einer langen Reise, dass Sie immer alles dabei haben? So sagte er, ja, ich habe zu Hause so eine große Checkliste, die hake ich vorher immer ab. Sie sehen schon, Sie schmunzeln. Das Ganze ist einfach so gewesen, dass er dadurch natürlich ins Grübeln kam. Ich sagte, wissen Sie, da nehmen Sie Checklisten und hier geht es nicht. Denken Sie mal drüber nach. Zweites Beispiel, in vielen Unternehmen gibt es Mitarbeiter, die sagen, machen wir seit 25 Jahren so, können wir nicht verändern, haben wir alles schon versucht, diese klassischen Killer-Phrasen. Wie kann man so jemanden knacken? Sie sollten auch hier den Mitarbeiter gut kennen und wissen, welches Faible dieser Mensch hat. Fast jeder hat irgend so eine kleine Macke. Immer das neueste Fahrrad, das neueste Handy, den neuesten Fernseher oder sowas in der Richtung. Wenn Sie das wissen, können Sie auch hier wieder versuchen, an diesem Grundsatz zu rütteln. Nehmen Sie mal fragen, guck mal da, immer das neueste Telefon, neueste Handy und hier wärst du dich gegen jede kleine Veränderung, da passt doch was nicht. Wenn Sie es gut machen und Glück haben, fängt er an, über sein Verhalten nachzudenken. Drittes, letztes Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie hatten einen 18-jährigen Sohn oder Tochter und derjenige will am Wochenende den Zweitwagen der Familie haben. Sie geben dem Kind das Fahrzeug und meistens sieht es dann am Sonntagmorgen nicht wirklich gut aus. Sie finden es nicht, der Schlüssel ist nicht aufzufinden, das Auto ist nicht wirklich in einem guten Zustand, der Tank ist nicht nachgefüllt worden. Wie reagieren die meisten Menschen? Die meisten Eltern machen Druck. Wenn das nochmal passiert, kriegst du das Auto nie wieder, halt dich an die Spielregeln. Ich mache Ihnen Vorschlag, wie es vielleicht besser geht. In einer ruhigen Minute einfach den 18-Jährigen mal auf den Stuhl setzen, mit ihm eine Art Vertrag zu schließen. Zu fragen, überleg doch mal, du willst das Auto am Wochenende haben, ohne zu fragen, können wir darüber reden. Lass uns die Spielregeln festlegen. Wer soll die Leasingraten für das Auto bezahlen? Dann wird das Kind mit Sicherheit sagen, ja, das musst du machen. Okay, wer soll den Sprit bezahlen? Ja, am besten auch du. Und so weiter. Bis sie dann dahin kommen, dass sie sagen, okay, und wo soll das Auto sonntags morgens dann stehen? Dann wird ihnen das Kind genau das sagen, was sie hören wollen. Nämlich auf dem Platz. Der Schlüssel soll im Schlüsselkasten hängen. Der Tank soll nachgefüllt sein. Und es sollen noch keine McDonalds oder sonstigen Tüten oder Abfälle im Auto rumliegen. Okay, und wenn sie sagen, gut, wenn du dich daran hältst, dann können wir einen Vertrag machen. Du darfst das Auto benutzen, ohne zu betteln, ohne zu fragen. Und dann haben sie die Möglichkeit, dass das Kind wirklich darauf reagiert und sich an diese Vereinbarung hält. Meistens passiert es dann, dass sie noch fragen müssen, wie kann ich denn sicher sein, dass es auch funktioniert? Dann lassen sie das Kind einen Vorschlag machen. Zum Beispiel, wir gehen sonntags morgens zum Auto und schauen uns das an. Beim ersten Mal wird es vielleicht nicht so ganz rund laufen, aber bei den nächsten Malen vielleicht schon deutlich besser. Das heißt, es geht auch ohne Druck, es geht auch ohne Belohnungssystem, indem man an die inneren Überzeugungen rankommt. Gut, wir gehen weiter im Programm. Ein paar Aussagen. Der Herr Erhard war lange Zeit DGQ-Vorsitzender und er sagte immer, wenn irgendetwas im Unternehmen passiert, ist immer der Chef schuld. Entweder er hat nicht richtig informiert oder den falschen Mitarbeiter am falschen Platz eingesetzt oder den falschen Mitarbeiter eingestellt. Er ist also immer schuld. Hier noch einmal eine Untersuchung zur Arbeitszufriedenheit. Was motiviert Menschen eigentlich am stärksten? Sie sehen hier zehn Punkte. Angefangen vom guten Einkommen, Sicherheit des Arbeitsplatzes, Entwicklungsmöglichkeiten, Arbeitsbedingungen, interessante Arbeitsinhalte, Teamorientierung, taktvolles Kritisieren, Wertschätzung, Verständnis für persönliche Probleme und Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen. Auch hier wieder meine Empfehlung. Stoppen Sie das Video mal kurz und machen Sie eine Liste von eins bis zehn. Was ist den Menschen aus ihrer Annahme am wichtigsten? Dem geben Sie die Eins. Was ist der unwichtigste Punkt? Das nehmen Sie denen die Zehn. Ich löse es jetzt auf. Die Zehn ist das Thema taktvolles Kritisieren und Disziplinieren. Die neun sind die Arbeitsbedingungen. Auf acht steht Teamorientierung. Auf Platz sieben haben wir die Entwicklungsmöglichkeiten, also Beförderung, Karriere. Auf Platz sechs interessante Arbeitsinhalte. Auf Platz fünf das gute Einkommen. Das schätzen viele sehr viel höher ein, wobei man dazu sagen muss, dass je nach Wirtschaftslage diese Reihenfolge auch manchmal leicht variiert von Jahr zu Jahr. Auf vier Sicherheit des Arbeitsplatzes. In kritischen Jahren ist das deutlich weiter vorne. Auf Platz drei Verständnis für persönliche Probleme. Auf zwei Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen. Und auf Platz eins Wertschätzung und Anerkennung. Das ist den Mitarbeitern das Allerwichtigste. Überlegen Sie für sich, wo wertschätzen Sie Ihre Mitarbeiter, wie oft erkennen Sie sie an, wann loben Sie. Wie schafft man denn eine Kultur der Wertschätzung? Erstens, Sie sollten jede Besprechung mit etwas Positiven beginnen. Wenn Sie eine regelmäßige Besprechung haben, fordern Sie Ihre Mitarbeiter doch einfach mal auf, dass jeder von der letzten Besprechung her in der Zeit erzählt, was ist denn am besten gelaufen. Welches Projekt, welcher Auftrag, welche Sache war am besten. Sie schaffen eine ganz andere Stimmung, als wenn wie sonst immer nur über Probleme, immer nur über Reklamationen und Ärger gesprochen wird. Dann gezielte Anerkennung. Das heißt, Sie sollten, wenn Sie jemanden anerkennen, auch genau sagen, was ist passiert, wer hat das getan, für wen wurde es getan, welchen Nutzen hatte das Unternehmen oder derjenige davon. Dann Mitarbeiter besonders auszeichnen. Überlegen Sie, was zu Ihrem Unternehmen passt. Man sieht manchmal so in Filialen von Unternehmen die Wahl des Mitarbeiters des Monats. Das finden in Deutschland sehr viele immer sehr lustig und lächerlich, weil dann nur vier Mitarbeiter da sind und man weiß, jeder kommt dreimal im Jahr dran. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Jeder liest seinen Namen gerne. Wenn Sie bei einer Sportveranstaltung mitgemacht haben und wissen, Sie sind fotografiert worden, dürften in der Zeitung sein, werden auch Sie montags morgens an die Briefkasten gehen, die Zeitung rausholen und gucken, ob Sie irgendwo sind. Das geht anderen Leuten auch so, auch Ihren Mitarbeitern. Also wenn Sie einen Aushang haben, ein schwarzes Brett, vielleicht eine Hauszeitung, schauen Sie doch mal, ob Sie diese Gelegenheit nutzen können und wollen. Was gibt es noch? Eine Danksagung nach Hause schicken. Wenn Sie zum Beispiel ein Projekt haben, wo ein Mitarbeiter sehr stark belastet ist mit Überstunden, vielleicht zu Hause schon mal Krach gehabt, deswegen, dann tun Sie doch etwas. Schicken Sie der Ehefrau oder dem Ehemann, je nach Mitarbeiter, einfach mal einen Blumenstrauß oder eine andere Anerkennung und bedanken sich dafür, was da getan wurde. Gut, wenn wir uns mal diesen Fluss ansehen, das ist der Rhein, das Mittelrheintal, dann sehen Sie, dass der so vor sich hin meandert und da drin sitzen Blöcke. Diese Blöcke behindern den Fluss beim Fließen und das Ganze soll ja die Motivation darstellen, als Sinnbild. Was sollten jetzt Führungskräfte tun, damit die Motivation besser wird, dass der Fluss besser fließt? Na klar, Sie sollten die Blöcke rausholen. Was passiert nun meistens leider, dass die Führungskräfte die Blöcke noch verstärken, noch mehr Blöcke reinsetzen, noch mehr Kontrollen, noch mehr Gängelei der Mitarbeiter. Gute Führungskräfte tun das Gegenteil. Die holen einen Block nach dem anderen raus und sorgen dafür, dass der Fluss immer besser fließt und die Motivation besser wird. Gut, hier nochmal die Frage, was motiviert Menschen? Noch wichtiger ist zu wissen, dass Ihre Mitarbeiter demotiviert. Wie kann man das erfahren? Ganz einfach, fragen Sie sie einfach. Gibt es irgendetwas, das sich demotiviert? Gibt es etwas, das sich hindert, deine Leistung zu bringen? Erfragen Sie es einfach und sorgen Sie dafür, dass diese Dinge auch wirklich vermieden werden. Wenn Sie solche Fragen stellen, sollten Sie allerdings willens und in der Lage sein, auch wirklich etwas zu verändern, weil sonst ist es kontraproduktiv und demotiviert die Mitarbeiter noch mehr. Fragen könnten zum Beispiel sein, wie fühlen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz? Oder was möchten Sie beruflich erreichen? Was würden Sie verändern, wenn Sie auf nichts Rücksicht nehmen müssten? Was gefällt Ihnen besonders gut? Hier. Wie schätzen Sie das Betriebsklima ein? Auf einer Schulnotenskala von 1 sehr gut bis 6 ungenügend. Ich stelle die Frage fast immer, wenn ich neu in ein Unternehmen komme, dann fragen mich die Leute meistens, wie meinen Sie das denn, in unserem Team oder allgemein? Das ist für mich ein ganz klares Indiz dafür, dass sich Inseln gebildet haben, die einzeln ganz gut funktionieren, aber nicht miteinander. Oder wie kommen Sie mit meinem Führungsstil zurecht? Eine Frage, da bricht Ihnen kein Zacken aus der Krone. Sie sollten vielleicht eins tun, aus dem Kommunikationstraining das Thema Ich-Botschaften nehmen und Ihren Mitarbeitern beibringen, Ihnen das mal zeigen, damit die Mitarbeiter Ihnen Ich-Botschaften als Feedback geben. Dann wird das Ganze viel angenehmer und es wird auch viel nutzbringender. Was demotiviert Sie? Hier ist die Frage, die ich Ihnen schon genannt hatte. Was an Ihrem Arbeitstil behindert Ihre Begeisterung? Gibt es etwas, das Sie hindert, Ihre Leistung zu überbringen? Was wünschen Sie sich? Auch hier vor dieser Frage haben viele Angst, weil der Mitarbeiter könnte ja sagen, ja, ich brauche mehr Geld. Was macht man dann? Da kann man zum Beispiel fragen, was bist du denn bereit, mehr zu leisten? Wenn du mehr Geld willst und mehr leistest, können wir da vielleicht drüber sprechen. Welche Verbesserungsideen haben Sie? Sie sollten nicht alle Fragen stellen. Ich empfehle Ihnen regelmäßig, so ein Viertelstundengespräch mit Ihrem Mitarbeiter durchzuführen, wo Sie einfach diese Dinge erfragen, ihn ernst nehmen, ihm zuhören und dann darauf reagieren, was er Ihnen gesagt hat. Der Antoine de Saint-Exupéry hat mal gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Im übertragenen Sinne, gute Führungskräfte schaffen es, ihren Mitarbeitern Sinn in der Arbeit zu geben, ihnen Spaß daran zu vermitteln und ich sage immer, die beste Führungskraft ist die, die jedem Mitarbeiter jeden Tag ein Erfolgserlebnis ermöglicht. Wer Leistung fordert, muss nämlich Sinn liefern. Stärken, Schwächen Auch hier wieder eine kleine Unterbrechung. Stoppen Sie gleich bitte mal das Video, wenn Sie mitmachen wollen. Schreiben Sie bitte mal drei Ihrer persönlichen Stärken, Talente auf. Im nächsten Schritt wechseln Sie einfach den Stift. Schreiben Sie mit der anderen Hand drei Stärken Ihrer Firma auf. Was werden wir jetzt erlebt haben? Dass Sie mit der linken Hand oder wenn Sie links sind, wenn Sie mit der rechten, sich sehr schwer getan haben zu schreiben. Was tut jetzt eine schlechte Führungskraft? Sie übt mit Ihnen, mit der schwachen Hand zu schreiben, weil normalerweise immer die Schwächen weg trainiert werden sollen. Aber die Frage ist, ist das der beste Ansatz? Ein Talent ist nämlich ein nachhaltiges Denk-, Gefühls- oder Verhaltensmuster, das produktiv eingesetzt werden kann. Da gibt es ganz verschiedene Dinge, die als Talent geeignet sind. Überlegen Sie mal, wo Sie beim Zappen, beim Fernsehen einfach mal hängen bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich da Richtung Talent bewegen, ist schon relativ groß. Die Frage ist, ob man das immer produktiv einsetzen kann. Daran scheitert es vielleicht manchmal. Und dein Talent wird erst dann zu einer Stärke, wenn es mit Wissen und Können angereichert wird und der Mensch es wirklich will. Talent wird durch Wissen und Können zu einer Stärke. Es gibt den schönen Spruch, 10% Inspiration, 90% Transpiration. Das heißt, es ist sehr viel Übung, Training, Ausbildung notwendig, um wirklich eine Stärke daraus zu produzieren. Wissen besteht aus dem Erlernten aufgrund von Tatsachen und Lektionen. Das ist eher der theoretische Teil. Und Können und Fertigkeiten sind Schritte einer Tätigkeit. Das heißt, das ist wirklich das praktische Tun, das Machen. Eine Stärke ist eine beständige, beinahe perfekte Leistung in einer Tätigkeit, die man wirklich gerne tut. Der letzte Halbsatz ist eigentlich das Entscheidende daran. Die meisten Führungskräfte beobachten ihre Mitarbeiter, sehen, dass er etwas besonders gut macht und kann und glauben schon, dass er eine Stärke ist. Sie sollten Ihnen mal ein paar Fragen dazu stellen. Weil es fällt uns nämlich schwer, Talente und Stärken überhaupt zu erkennen. Warum ist das so? Weil uns alles, für das wir ein Talent haben oder dass unsere Stärke ist, einfach sehr leicht fällt und vieles gelingt, ohne uns anstrengen zu müssen. Wir denken immer, das ist doch ganz normal, dass es so gut geht, wenn ich das mache. Aber für viele andere ist etwas Besonderes. Darum tun wir uns sehr schwer damit. Zwei Beispiele zum Entkennen von Talenten, wo Sie wirklich wissen, der Mitarbeiter macht das gerne. Wenn Sie eine bestimmte Tätigkeit ausüben, versuchen Sie einfach mal herauszufiltern, ob Sie denken, wann wird es vorüber sein oder wann darf ich es wieder machen. In diesem Fall hier brauchen Sie gerade kein Talent. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter etwas besonders gut macht, aber froh ist, wenn es rum ist und hoffentlich nicht so bald wieder machen muss, ist das keine Stärke, weil er es nicht gerne macht. Wenn Sie feststellen, dass Sie an die Zukunft denken und sich tatsächlich auf die Tätigkeit freuen, man kann nicht das wieder tun, dann ist es ein sehr gutes Zeichen, dass Ihr Talent eine Stärke hinter steckt. Kümmern Sie sich mehr um Ihre starken oder schwachen Mitarbeiter. Ich frage so Filialleiter oder Menschen, die viele Filialen führen oft, wo fahren Sie denn am häufigsten hin, in welche Filiale? Die, die super Ergebnisse hat, die zufriedene Mitarbeiter hat oder die, wo es dauernd Probleme gibt. Die meisten sagen mir ja, ich fahre immer zu der, die Probleme hat oder zu den mehreren, die Probleme haben und die anderen werden vernachlässigt. Im übertragen Sinne, lassen Sie uns mal überlegen, worauf legen Menschen denn Wert? Beobachten Sie Ihre Kinder, sofern Sie welche haben. Kinder wollen Anerkennung, Menschen wollen Anerkennung und damit Aufmerksamkeit. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit immer den Schwachen schenken, könnte es Ihnen passieren, dass die Starken versuchen, Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, indem Sie auch schwach werden. Kümmern Sie sich mehr um die Ermittlung und das Beseitigen von Schwächen oder das Stärken von Stärken. Wenn Sie eine Stärke haben, jemand etwas gern macht, Sie ihn das so oft wie möglich machen lassen, ihn noch dabei unterstützen, es zu verbessern, ist die Kraft oft besser angebracht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie die Schwächen, die schlechten Filialen, die schwachen Mitarbeiter nicht irgendwie auch fördern, unterstützen sollten, aber Sie sollten dabei bitte nicht die Starken und die Stärken außer Acht lassen. Mein Merksatz ist, stärken Sie Stärken und kompensieren Sie Schwächen. Manchmal ist es auch so, dass Sie zwei Mitarbeiter haben, der eine macht etwas gerne, der andere macht etwas anderes gerne. Das sollten Sie wissen. Beispiel, Sie haben Elektriker, was die meisten nicht gern machen, ist Schlitzeklopfen, weil das so körperliche, dreckige Arbeit ist. Manche haben aber auch Angst davor, Netzwerke verlegen zu müssen. Wenn Sie jetzt jemanden haben, der sich darauf spezialisiert hat, das auch wirklich gerne tut, lassen Sie dem möglichst selten Schlitzeklopfen. Den anderen, der sagt, das macht mir nicht so viel aus, Hauptsache, ich muss keine Datenkabel verlegen, der sollte vielleicht eher die Schlitze klopfen. Also hier stärkenorientierter Ansatz ist das Richtige. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen meine Erreichbarkeiten. Wenn Sie mich erleben möchten, kennenlernen möchten, rufen Sie mich bitte einfach an, schreiben Sie nur eine E-Mail. In diesem Sinne, viel Erfolg bei der Umsetzung, motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und hören Sie vor allem, ob Sie zu demotivieren. Bis dahin, Tschüss.